Mein herzlicher Kollege Sebastian Henner. Hallo, liebe Fußballfreunde, wir freuen uns auf ein richtig gutes Fußballspiel. Auch bei einem Elfmeter. Wunderbar gemacht. Jetzt sind wir total nervös. Auf jeden Fall. So einen Trick, den man sich nicht merken sollte, meine Damen und Herren, das ist die Angst. Der Verheiratete hat alles überlebt. Ja, also wie der sich gemerkt hat, man muss es drauf haben. Ne. Nur aus damit, einfach weg aus der Gefahrenzone. Ja. Wo ist die Fuchze denn her? Der Verheiratete ist nicht wichtig. Ergebnis? Fallverlust. Darum geht die Kamera, Entsteugung, Abschluss. One. Über das Aktion zu spielen freut sich jeder Mitspieler. Aua. Überpasst. Ha, 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 ha. Nervös. Das ist Mut. Das Ängelöster schiebt. Ja, das sieht schon klasse aus. Wieder den Ball mit dem Kopf weiterleiten. Es ist aber auch nicht einfach, diese Abwehrregel zu knacken. Wie willst du das machen? Alle Handgreifer steht jetzt in der Gegend durch die Hälfte. Aua, gefährlich. Null Tore, Gerd. Und der Ball ist wieder gegen Spiel. Da, Angriff über rechts mit Kaka. Der schiebt sich da. Der schiebt sich da. Der schiebt sich da. Lässt sich fallen, Herr Feigling. Ich freu dann rot. Ja. Aber gib kein rot. Alte Pätze, dreckig halt. Da kriegst du die Knochen weg. Hat sie aus der Luft, hat sie gesehen? Ja, ist gut, dass du siehst. Siehst du das doch hier. Oh, ja. Ein E-Krieg. Abgelaufen! Hast du es gesehen, Detlev? Abgelaufen! 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 Auf dem Bierdeckel tanzt er ihn auf. Er sieht schon krass aus. Fußball gegen Interflexion, jeder Spieler kann fast überall aus dem Spiel angeboten werden. Nachdem der Trainer so viel sein, mit der Arbeit seiner Verteidiger hat, kann man zu früh kommen. Aber da habe ich das Spiel zu viel erkennt. Der Schlepper ist ja noch ein bisschen zu heftig. Das war doch wunderbar. Der Schlepper ist ein bisschen zu heftig. Ich habe es schon gehockt. Der Durft. 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 Vielen Dank.